Der weltgrößte amerikanisch-belgisch-brasilianische Bierkonzern Anheuser Busch ist mit einer nochmal aufgestockten Übernahmeofferte im Milliardendeal um die Nummer 2, Saab Miller, Großbritannien, fast am Ziel. Die Konzerne hätten sich auf grundsätzliche Punkte für eine Fusion geeinigt, so beide Unternehmen. Das neue Gebot liegt bei 92 Milliarden Euro. Etwa jedes dritte Bier weltweit käme dann aus den Kesseln des Gemeinschaftsunternehmens zum Imperium von Weltmarktführer Anheuser Busch. Gehören Marken wie Becks, Budweiser und Corona, Saab Miller bringt Fosters, Grolsch, Miller, Peroni und Pilsner Urquell ein. Meine große Frage ist, ob das gut ist für die Verbraucher, so ein Analyst. Klar, dass da sowas entsteht wie eine OPEC für Bier mit einem enormen Weltmarktanteil einer enormen Preismacht. Und die Wettbewerbsbehörden müssen den Deal ja auch noch durchwinken. Das wird noch bedeutende Veräußerungen in Nordamerika und in China geben. Schon seit Jahren wird über ein Zusammengehen beider Konzerne spekuliert. Bei so dominanten Zusammenschlüssen müssen die Konzerne üblicherweise Firmenteile verkaufen oder bestimmte Märkte aufgeben, um grünes Licht der Behörden etwa in Brüssel zu bekommen. Die Branche steht unter Druck. In den Industrieländern geht der Bierdurst zurück. Die Biertrinker gehen mit der Mode und haben mehr Auswahl. Die großen Standardsorten leiden. Saab Miller ist in Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum stark. Anheuser Busch in Mittel- und Südamerika. 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 Untertitelung des ZDF, 2020